Was würden Sie schätzen, ist das Einsparpotenzial von LEDs gegenüber Glühbirnen? Also LEDs sind für mich effizienter, die sind heller, ein besseres Licht als die Glühbirnen. So weit ist mein Basiswissen. Kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe welche, weil es angeblich ganz gut ist, aber weiß ich nicht. Jetzt bin ich überfragt, weiß ich nur das, was man liest, es sei spaßamer, ja. Es ist immens, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Ja, das spart, das spart. Wie viel meinen Sie jetzt? Geschätzt, ja. Weißt du, im Jahr 300 Euro. Die Elfte. Die Elfte? 90 Prozent.